Du bist nicht real! Los, komm, wir müssen aufstehen. Oh, Baby, 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 komm, ganz kurz. Ich denke dauernd über diese Geschichte nach. Da ist dieses Video, das dich umbringt, nachdem du es dir ansiehst. Julia! In der Sekunde, in der es zu Ende ist, klingelt das Telefon und eine Stimme sagt... Sieben Tage! Du willst etwas wissen über das Mädchen in dem Brunnen? Was will sie von mir? Diese Zeichen auf deiner Hand bedeuten Widergeburt. Julia, was gibst du mir? Julia! Du hast eine Tür geöffnet und niemand ist mehr sicher. Ich wünsche dir die Tür. Wie claws will es nicht? Ich fünfmalen, das ist eher nicht. Ich glaube, mein Netz Pump und die Tür geöffnet wird.